So, hallo ihr Lieben, ich habe wieder etwas für den Schulbeginn schon gemacht und zwar einen netten Brief. Diesmal mit diesen Spy-Pens. Das ist eine Großpackung, die ihr einfach überall kaufen könnt. Die haben ein Licht und wenn man hier irgendetwas draufschreibt, kann man es dann mit diesem Schwarzlicht erkennen. Ich habe dann einen Text hier vorformatiert in unterschiedlichen Schriften und Formen und habe dann den Namen der Kinder einfach so hingeschrieben und darunter deine Lehrerin. Ich lege das am ersten Schultag den Kindern dann einfach auf. Sie müssen mit diesen Stiften dann ihren Namen suchen, ihren Platz suchen und kleben es dann in ihr Heft. Da ich ja ein Freund bin von Ausschlachten, von Weiterverwenden, habe ich diese Karten, diese Blankokarten dann auch noch verwendet, damit man zum Beispiel Aufgabenstellungen, Sachaufgabenrechnungen etc. draufschreiben kann. Ich habe euch wieder alles hochgeladet und ihr könnt es gleich downloaden. Ich verlinke es euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank.